Hallöchen und herzlich Willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Wir sind noch im Lager, okay. Was wollte ich denn als nächstes machen? Kann mir das mal einer verraten? Die letzte Aufnahme ist schon eine Weile her. Ich wollte bestimmt gehen. Da bin ich mir verdammt sicher, ich weiß nur noch nicht wohin. Äh, du, du und du. Das sieht gut aus. Ähm, wir waren zuletzt in Denerrim, ne? Hm, was haben wir hier? Cardan Fee, Versteck. In der Wande von Kunari, Söhnern, okay. Schlachtfeld. Hm, der Wald, Karawane. Sulcharpass, Haven. Ben Loren, da oben ist der Soldatengipfel. Ähm, ja komm, wir versuchen mal diese Eltern. Mal gucken. Mal gucken, ob gucken hilft. Da sind sie. Erstmal gucken wir hier. Was mir nichts bringt, weil hier offensichtlich nichts wächst. Ach, schade. Der ist ja blöd. Ähm, Mogen. Ach nee, Armbrust. Warte mal, Mogen, kannst du uns mal ein bisschen Flammenwaffen schenken? Das wäre toll. Ach, schade. Ich bin scheiße. Das ist ein Ende. Oh, okay. Wart du nicht schlau? Es kommt wieder einfach. Ja, sehr leid. Komm, stopp. Oh, 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 ist schon jemand tot? Was mache ich denn hier? Das ist ja gar nicht so gut. Oh, oh, Zephyl ist tot. Das sieht recht schlecht aus. Na klar, jetzt habe ich mich selber mit der Bombe umgebracht. Diese Aufnahme fängt ja super an. Wie stehe ich jetzt? Okay, ich stehe im Lager. Gut, also noch nicht die Söldner. Ja, ja. Unbedingt. Dann eben die Karawane? Vielleicht klappt es ja da. Dunkle Brut? Ähm, Morrigan. Alter! Wie begeistert diese Frau einfach immer ist. So. Aber ich kann ihn noch gar nicht angreifen. Okay, dann doch lieber die Schwerter. Aha. Darauf will ich hinaus. Die müssten nämlich eigentlich genau an mir vorbei rennen. Wir greifen den da jetzt an. Wir gehen mal an. Oh, 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 oh! Hör vielleicht! Wo, oh, 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 oh! Hallo! Ja, hör mal an. Ähm, hör mal an. Alter! Ähm! Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. was kann ich eigentlich ich weiß es auch nicht letztens spielstadt laden überzeugt hallo gehst du jetzt mal danke dass du dich doch überzeugen lässt auf dass ich wieder sterbe bei was auch immer es war auch sehr clever mein glas nicht einfach vor der aufnahme noch mal aufzufüllen nein ich habe es hier natürlich fast leer stehen lassen so der nur ich könnte auch einfach mal gucken schalte die verbrecher aus dir in den seiten lassen unschuldigen auflauern finde rechse fessels bitte werde des verbrechens und prüfung der krein ach davon sind die kunari söldner okay wir ziehen glaube ich als erstes mal durch die seiten gassen dahin zuerst auf dass wir wieder sterben ähm waren wir hier schon? wir sind ja schon alle tot merkwürdiger schuppen kann nicht geknackt werden verdammt na gut wenn hier schon alle tot sind ja in ordnung und da sind da auch schon alle tot? nein die sind noch da okay banditenanführer ich kann angeblich mit ihm reden okay das glaube ich nicht unbedingt morrigan waffen so soll es sein genau vielen dank die haben ross umgeleven stakt sie ja 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 So wird es geschehen. Und du noch? Die hätte ich aber auch gerne. Ja, sehr schön. Da lebt noch einer. Ah, da lebt auch noch einer. Okay. Das mag ich nicht auch so. Er ist da. Steh wieder auf. Warum stirbt denn Alistar so schnell? Sollte er sich nicht eigentlich auch heilen? Muss ich das wohl mal höher setzen. Der hat nichts. Der hat noch was. Der hat auch nichts. Der da hat was. Der hat nichts. Der da hinten hat was. Was ist das hier? Tür eines Blutmagierverwandten. Ah. Sehr schön. So. Dark Lidsauts. Dark Lidsauts. Der Glidsaut. Aber selbstverständlich. Dark Lids hat es auch noch. Hm. Wir sind also jetzt ein meisterhafter Schlossknacker. Ah, da ist noch ein Kurier. Okay, den hätte ich jetzt ehrlich gesagt übersehen. Zack. Das ist gut. So, alle gesund und munter. Das ist auch gut. Dann auf zum dritten. Ähm. Uno momento. Ach, ich kann ja nur schwache Sachen herstellen. Morbiden kann die stärkeren, ne? Ja, nur dass ich dafür nicht genug... Ich habe nur eine Elfenwurzel? Ach, verdammt. Ja, machen wir wenigstens einen. Lyrium-Trank brauchen wir nicht. Gut, dann tun wir es eben. Du noch was machen? Bomben. Säure Fläschchen. Oh, machen wir doch mal. So. Zack. Frostbomben habe ich noch gar nicht da unten drin. Geht sofort weiter. Ein Schild, aha. Ein Ring, der bringt eh nichts, außer Geld. Frostbombi. Zack. Kann ich da jetzt eigentlich von hier aus einfach... Wir wollten gerade die Jungs eine Hetzjagd nach euch veranstalten lassen. Der Boss sagt, legt sie um. Ich sag, ich hatte eigentlich eine Bombe gebraucht. Oh, 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 oh. Nein! 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 Scheiße! Zurück! Ja! Weiter! Ich hoffe, ich habe noch nicht wieder überall Blut angekleben. Nein! Stirb bitte alle. Oh-oh. Heil dich mal! Komm Nein Ich konnte nichts mehr machen Das gibt es doch nicht Wo ist mein letzter Spielstand Bin sie nicht wieder im Lager Oh, nein Kann ich bei dir was kaufen? Ja, komm Ich bin mir sicher, ihr findet gefallen An den Dingen, die mein Sohn und ich gesammelt haben Und an eurem Rabatt Natürlich Ja, ich kann mir ja voll viel leisten Ähm Die möchte ich nicht verkaufen Hab ich nichts Hab hier was zum Verkaufen vielleicht bei Flammenrunig Sollte vielleicht mal was verzaubern Den kann ich verkaufen Ja, Verzauberung Ja, Verzauberung Ähm Die hier Und zack Plus eins Feuerschaden Äh Annehmen Hat er das jetzt gemacht? Scheint so Sie brennt Yay Aber selbstverständlich Keine Ahnung, ob es was bringt Ja Ja Unbedingt Aber ist ja auch nicht Erstmal wichtig Hauptsache, wir haben es gemacht Das wollte ich sagen So Jetzt gucke ich mal hier nochmal kurz auf den March Und vielleicht sollte ich auch einfach mal das hier machen Damit ich nicht wieder am Lager lande Alle Menschen sind das Werk des Erbaus Vom niedersten Sklaven Wo ist denn hier da Feinstes Zwergenhandwerk Zwerge Willkommen zurück Möchtet ihr euch noch etwas anderes ansehen? Wir haben nur die herausragendsten Waren Direkt aus Orsamar Ja Jedes dieser Stücke trägt das Qualitätssiegel des Vaters meiner Frau Des besten Schmiedes in ganz Denerim Wenn das mal keine Vetternwirtschaft ist So, was hast du hier so Schönes? Nicht, dass ich mir wirklich leisten kann Vergiss es Zwergenhandwerk Ja Ja Schmerzen So, hier hinten war doch eigentlich auch noch eine Quest Ne? Im Lagerhaus So, warte mal Hätte ich vielleicht nicht tun sollen Egal Und warum mache ich das schon wieder? Ich weiß es nicht Ich kann keinen Mundumschlag herstellen, okay Aber ich kann Bomben herstellen noch Na, ich mache so eure Fläschchen So Zack Und, ähm Alistar, du darfst dich natürlich wieder etwas eher heilen So Speichern Und rein da Ja, in Ordnung Und ich hätte noch Flammenwaffen machen sollen Egal Oh je Was soll ich denn schon wieder? Hint, folgt mit dir Wie ist es? Ähm, hallo? Ja Dein Blut trägt wirklich alles Ähm, ja Ich sehe schon, dass dein Blut alles trägt Nein Mann Ich bin dein Schicksal Das gibt es doch nicht Ach, das gibt es doch nicht Ich bin gerade so ein bisschen ganz leicht Schnauze Eingepisst Können wir gleich da hin Die hatten wir ja auch geschafft Die haben Ross umgelegt Guten Tag, die Herren Ihr Herren Hallo Ich Wollte Einen Mundumschlag nehmen Ich bin Ich bin Ich bin dein Schicksal. So soll es sein. Nieder mit dir. Du lernst noch nichts zu verstehen. Komm, der ist nicht tot. Zack, war das alle? Gott sei Dank. Das ging vorhin aber irgendwie leichter. Ja, in Ordnung. Okay, hier hat keiner mehr was für mich.